Musik Ja, wenn Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine Webseite für Rechercheaufgaben oder um Fragen zu beantworten zur Verfügung stellen möchten, dann stehen Sie vielleicht mitunter vor dem Problem, dass die Webadresse dieser Seite sehr, sehr lange sein kann und dass das für die Schülerinnen und Schüler ein Problem ist, die dann richtig einzutippen. Mit Bitly können Sie diesen langen Link verkürzen. Zunächst wird ganz einfach die lange Webadresse mit rechten Mausklick kopiert. Anschließend rufen Sie den Dienst Bitly auf. In dem unteren weißen Feld können Sie jetzt die zuvor kopierte Webadresse einfach einfügen und mit Klick auf den Button Shorten wird automatisch eine ganz kurze Adresse erzeugt, die im Normalfall aus sechs Buchstaben und Zahlen besteht und jetzt sehr viel kürzer ist als der Original-Link, der oben drüber eingeblendet ist. Mit Klick auf Copy kopieren Sie jetzt einfach Ihren Kurzlink und können Ihnen Ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. Rechts daneben sehen Sie, wie oft dieser Link bereits angeklickt wurde. Möchten Sie auch später auf diese kleine Statistik zugreifen, dann können Sie sich in Bitly mit Facebook oder mit Ihrem Twitter-Account anmelden oder direkt einen Bitly-Account erstellen. Und dann können Sie sich in Bitly-Account anmelden